Oh, oh, ein Podcast übernehmen, na, das kann ja heiter werden. Vorspann ab! Hallöle zusammen, da bin ich mal wieder euer Snake Oil Audio. Ja, ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es euch mehrfach gewünscht, ihr habt es euch immer wieder gewünscht. In den Kommentarspalten, als E-Mails, bitte, 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 macht doch mal ein Video bzw. Podcast übernehmen. Was hältst du denn von Name? Ist Name nicht total super? Oh Mann, ich habe Name ja schon öfter mal erwähnt. In dem einen oder anderen Video kam immer mal so ein Satz zu Name. Aber ich muss sagen, ein ganzes Video mit Name über Name zu machen, da tue ich mich wirklich schwer. Ja, ich weiß, euch interessiert diese Firma und das ist auch ein Urgestein. Und ich finde auch, wenn wir so über Hi-Fi im Generellen, ja, Name hat da wirklich einen Platz. Da sollte man drüber sprechen und da habt ihr auch vollkommen recht. Aber ich habe so ein, wie sagt man das, diplomatisch ambivalentes Verhältnis zu Name. Das wird ganz schwierig. Ich habe das Gefühl, das wird so ein Video, da werde ich allen auf die Füße treten. Aber, ja gut, ich gebe mein Möglichstes. Ich versuche das, wie immer natürlich, so objektiv zu machen, wird mir Mögliches. Aber man hat ja so eine emotionale Verknüpfung zu so einem Produkt. Das heißt, das können nur meine eigenen Meinungen sein und das darf man auch komplett anders sehen. Und, ja, mal schauen. Ich fange einfach mal an zu erzählen und dann gucken wir mal, wo uns die ganze Geschichte hinführt. Bevor ich mit diesem Video loslege, möchte ich einen grundsätzlichen Disclaimer mal loslassen. Und diesen Disclaimer, den unterstreiche ich auch dreimal und den solltet ihr die ganze Zeit im Hinterkopf haben. Egal, was ich über Name so sage. Das sollte immer die Grundlage von allem sein. Ich habe noch nie Name-Gerät gehört, das schlecht klingt. Noch nie. In keiner Kette, in keiner Variante, egal ob alte Name-Sachen, ob neue Name-Sachen, egal ob Digital-Kram, egal ob Verstärker. Ich habe noch kein einziges Name-Gerät gehört, was klanglich versagt hat. Ist nicht vorgekommen. So, wenn ich jetzt hier das Video beenden würde, würde es aber dieser Name-Geschichte einfach kein bisschen gerecht werden. Das würde euch auf komplett falschen Pfad leiten. Denn auf der einen Seite stimmt das, das ist absolut meine ehrliche Meinung. Wenn man ein Name-Gerät kauft, egal ob so ein uralt Ding, ob wirklich Vintage oder ob so eine neu aufgelegte Geschichte im Vintage-Design, ob ein wirklich aktuelles Gerät von Name, die heute ganz anders sind als die früheren Geräte. Das klingt immer gut, das klingt immer sehr zufriedenstellend und meines Erachtens ist das Name-Zeugs auch langzeittauglich. Ja, also wenn man sich ein Name kauft, wird man nicht so schnell in das Fahrwasser kommen, zu sagen, Ja, irgendwie spielt das aber doch nicht, irgendwie brauche ich hier ein Upgrade. Das hat man bei Name eher nicht. Ich finde, aus klanglicher Sicht machen die ganz, ganz, ganz viel richtig. Aber lasst uns mal in die Details gucken. Name ist ja eine wirklich alte Firma. Name ist gegründet worden Ende der 60er. Naja gut, da hatten die noch nicht so richtig Produkte und so weiter und so fort. Aber Anfang der 70er ging das mit Name so los. Da haben die so ihre ersten Produkte gebaut, Endstufen und so weiter. Und die allerersten Produkte, die sie gebaut haben, kenne ich auch nicht. Also habe ich nie gehört. Die erste Endstufe oder so, von denen kenne ich nicht. So, Name hat dann nochmal ungefähr zehn Jahre gebraucht, von Anfang der 70er, wo die so wirklich effektiv mit dem operativen Geschäft angefangen haben, bis sie so auf so einer wirklich breiten Bühne in die Öffentlichkeit gekommen sind, wo die weltweit wirklich wahrgenommen worden sind. Und das hat zehn Jahre gedauert. Anfang der 80er haben die den Name Nate vorgestellt. Ein kleiner Vollverstärker. Und das Ding war mehr oder weniger der Urknall. Wir müssen uns diese Kiste angucken, weil ich finde, wenn wir nur das Design uns anschauen, wie dieser Name aussieht und wie Banane der gebaut ist, dann lernt man schon extrem viel über die Firma. Nur bei diesem einen einzigen Produkt. Überlegt euch, was war Anfang der 80er angesagt? Da waren große Japan-Klopper angesagt. Die hatte Geräte, die halt von zwei Mitarbeitern zusammen reingetragen worden sind, weil die waren irgendwie groß, die waren irgendwie schwer, die hatten Ausstattung dran bis hinter Indien. Da konnte man, keine Ahnung, mindestens mal zehn Geräte dran anschließen und zwei, besser drei Tape-Decks dran anschließen und zwei Paar Lautsprecher mit Umschaltbar für Küche und Bad und was nicht alles. Ja, und noch gerne mit Equalizer-Funktionen dran, aber mindestens mit einer Tonregelung und Subsonic-Filter und Lautnistaste. Und die Devise war, je mehr Schalter auf der Frontplatte, desto besser der Verstärker. Je schwerer der Verstärker, desto besser. Und wie viel Watt haben die Boxen? Also die Boxen haben 500 Watt, ja dann passt das ja mit dem 250 Watt Verstärker super. Aber die sollt er dann auch haben. Ich meine, solche Sachen sind ja damals gesagt worden. Also auch wenn jetzt heute der eine oder andere schmunzelt. Aber das war ja wirklich so, ja. So, okay, und jetzt kommt da irgendwie so eine Kiste. Ich glaube vier Geräte, drei oder vier Geräte konnte man daran anschließen. Und da konnte man auch eine Menge dran einstellen, nämlich die Lautstärke und aber auch schon die Balance. Nicht schlecht. Das war dann allerdings auch. Ja, also so Ausstattung einmal gar nichts. Und wie viel Leistung hatte das Ding? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt nachgucken können, aber halt nicht viel. Also so typisch Englisch. Ich denke mal, der wird irgendwo zwischen 25 und 50 Watt gelegen haben. Und ich glaube eher Richtung 25 als Richtung 50. So, und ich meine, allein das Design, ich meine, das ist ja einfach, ich meine, da hat ja wirklich jeder damals vorgestanden und sich gefragt, irgendwie, da ticken die noch ganz sauber. Also irgendwie müssen die ja aus einem kompletten Paralleluniversum kommen. Das kann ja gar nicht sein. Also wer baut denn sowas? Das ist ja komplett am Markt vorbei. Weil das ist das Gegenteil, von dem wir die Leute haben wollen. So, und dann dreht man so eine Kiste mal um und dann findet man, ja, Dienststecker. Was? Dienststecker? Ernsthaft? Ja, klar, Dienststecker. Ja, ich meine, jetzt Anfang der 80er, muss man fairerweise sagen, Anfang der 80er gab es tatsächlich noch ein paar Geräte mehr mit Dienststeckern. Aber ich glaube, jeder, der damals Dienststecker verbaut hat, da war klar, das ist nicht die Zukunft. Also das, so Cinch war, eigentlich war Cinch schon klar, das ist der Standard und bis jetzt, das wird, was da auch kommen wird. Und wer Anfang der 80er ein neues Gerät entwickelt und da immer noch irgendwie Dienststecker dran baut, also da läuft irgendwas ganz gehörig schief. Ja, ich sage mal, wenn das eine Firma wie Grundig macht oder Braun, weil die halt sagen, ja gut, das haben wir halt die letzten Jahre verkauft und das muss ja noch irgendwie kompatibel sein oder so. Okay, ja, aber wenn ich als neue Firma relativ fresh starte und dann in den 80ern Dienststecker dran baue, das ist einfach nur, das ist hochgradig Banane. Ja, aber warum haben die das gemacht? Also ich meine, hat Nehme ja jetzt nicht getan, um Leute zu ärgern. Sondern der hat sich halt hingesetzt und hat sich überlegt, ja, weil das ist ja eine gute Steckverbindung. So eine gute Steckverbindung ist die, also ganz klar. Ja, das ist sozusagen, das ist eigentlich eine professionelle Steckverbindung im Consumer-Bereich. Weil das ist eine komplett symmetrische Verbindung, eigentlich aus technischen Überlegungen heraus ist das nicht schlecht. Das ist nur völlig am Markt vorbei. Ja, aber hat die nicht interessiert. Hat die einfach nicht interessiert. Was der Markt macht, juckt uns nicht. Wir bauen das so, wie wir der Meinung sind, wie das sein muss. Und weil andere darüber denken, soll andere das anders bauen. Aber wir machen das so. Und der Markt interessiert uns nicht. Wir machen das so, wie wir meinen, dass das technisch sein muss. Und, ja, also ich finde diese Dienststecker auch maximal Banane. Trotzdem nötigt mir aber diese Konsequenz und der Gedanke, nötigt mir einen gewissen Respekt ab. Ja, ich sage jetzt mal, ein ähnliches Produkt, was ja von mir auch immer gerne positiv besungen wird, Mark Levinson. Na, die da mit ihren K-Mark-Steckern, da ist ja der gleiche Gammel. Na, das ist auch, das ist technisch, das ist super. Aber das will halt keiner. Es gibt niemanden auf dem Planeten, der sagt, ja, K-Mark ist super. Das muss ich unbedingt haben. Und, ja, klar, der Stecker ist klasse, der kann auch was. Aber wenn den jeder dann mit Adaptern betreibt auf Chinch, muss man natürlich auch an der Sinnhaftigkeit so ein bisschen mal überlegen, ob das jetzt irgendwie so die goldene Idee ist, die man da so hat. Und wie gesagt, nee, meins zu eins, gleiche Schiene. Ja, DIN, DIN ist die Zukunft. Ja, klar, logisch. So, und wenn man aber so eine Kiste baut, da ist ja die andere Seite der Medaille. Ich baue eine Kiste, die ist von allen Parametern, wenn ich da sozusagen drumherum gehe und mir die Kiste aus allen Richtungen angucke, ist die so gebaut, eigentlich wie ein abschreckendes Beispiel. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Oder wie, 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 das ist ja die rote Clownsnase im Hi-Fi-Bereich. Also, völlig daneben. Und wenn ich das aber so mache und dann trotzdem zu einem absoluten Klassiker werde, wenn das so ein richtiger Urknall halt ist, dann muss er ja irgendetwas auf Lager haben, wird die anderen nicht auf Lager haben. Und das hat er ja auch. Nämlich genau die klanglichen Eigenschaften. Denn wenn man diese kleine, lächerliche Name-Nate-Kiste gegen irgend so einen japanischen Großserien-Klopper mal hat spielen lassen, also da brauchte man jetzt keinen Blindtest, um rauszufinden, was jetzt besser klingt. Also man brauchte ein bisschen Zeit, um das zu hören. Also ich sage mal, 10 Sekunden hat es schon gedauert, wenn man gemerkt hat, oh, der Name ist aber gewaltig besser. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, also, oh, wenn ich die jetzt im Vergleich höre, dann klingt das Japan-Ding eigentlich eher, als wäre es kaputt. Also so, also das ist ernst gemeint. Wirklich so, auf so einem Niveau. Das war dann klanglich schon wirklich eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber überlegt mal, ich meine, bei so einem Design muss es da doch sein. Weil sonst kauft das keiner. So, aber wie gesagt, klanglich hat er wirklich, wirklich ernsthaft überzeugt. Anfang der 80er. So, und es sind dann ja auch einige Firmen sozusagen in diesem Fahrwasser dann mitgeschwommen. Und ich sage es mal, ohne Name hätte es ein Mission Cyrus dann auch nicht gegeben. Oder Nitec. Weil das war ja genauso eine englische Bastelabteilung. Auch so halbe Baubreite und wackelige Schalter und Regler dran. Und irgendwie, das ist einfach nur krude. Na, aber mit den Dingern war es halt genauso. Japan-Bomber daneben stellen. Einmal Platte auflegen. Nach 10 Sekunden ist klar, wo der Hammer hängt. Das war einfach instant klar. So, und von da an ist natürlich deren Siegeszug dann auch gestartet. So, und, und, ne, wie gesagt, Name-Nate, sozusagen kleiner Vollverstärker. Und Name ist dann halt von vornherein den Weg gegangen, ich sage es mal, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alle gedacht haben, wenn du hochwertigeres Hi-Fi haben willst, dann musst du eine Vorendstufe haben. Ne, da muss man Vorverstärker und Endstufe, das muss man irgendwie getrennt bauen und dann wird da ein Schuh draus. Und das hat Name halt, obwohl die mit einer Endstufe tatsächlich auch begonnen haben, hat das aber erstmal anders gesehen. Und die haben gesagt, na, vor Endstufe auftrennen, warum? Also, naja, macht doch erstmal gar keinen Sinn. Ich möchte ja möglichst kurze Signalwege haben und so weiter und so fort und das aufzusplitten. Hm. Ne, aber wie wäre es denn, was ja wirklich wichtig ist bei einem Verstärker, ist das ganze Thema Stromversorgung. Die muss halt richtig Taco sein. Und genau die Stromversorgung ist ja auch das, wird beim Verstärker richtig Geld kostet. Ne, so ein großer Trafo kostet halt richtig Geld. Und so dicke Elkos kosten halt richtig Geld. Also, Stromversorgung ist ein echtes Thema. Und das macht das klanglich, aber sofort erheblich besser. Und dann war das auch deren Konzept. Wir machen Vollverstärker und machen nochmal ein externes Netzteil dazu. Auch das ist ein Konzept, was dann sowohl Mission als auch Nitec, also Onyx hier auch, auch so ein Vertreter, was sie dann genauso kopiert haben. Ne, dass man, wenn man dann sozusagen den Vollverstärker mit dem externen Netzteil, dann ist man auch irgendwie auf so eine Halbwegsstandardbreite gekommen und so weiter. Da war das so ein bisschen versöhnlicher. So, und ist die Idee gut? Naja, ich sag mal so, die ist halt gut und fürchterlich zur gleichen Zeit. Also, wenn ich Musik hören möchte, dann ist das eine hervorragende Idee. Zu sagen, ja klar, dickes Netzteil dran, das hilft immer. Also, das kann ich eigentlich auch fast so durch die Bank sagen. Mache ein ordentliches Netzteil dran, das hilft immer. So ist aber natürlich eine fürchterliche Idee, wenn ich jetzt Geräte verkaufen will. Weil, ne, auch da, naja, wie haben wir damals Hi-Fi-Geräte gekauft? Ja, wir haben uns eine Audio, eine Stereo-Play gekauft und haben geguckt, ist der hier jetzt Test-Sieger Nummer 1 und so weiter. Und, und wie haben die Leute denn die Sachen verkauft und beschrieben in ihren Zeichnungen? Da waren noch irgendwie Messwerte über alles. Aber ein fetteres Netzteil da reinzubauen, ändert an den Messwerten eigentlich nahezu nichts. Ja, ich hab ne Kiste, die hat die und die technischen Eigenschaften, wenn ich das so messe. Und dann pfeffere ich da ein dickes Netzteil dran, aber da bleibt alles gleich. Ja, das ist ja genau das Gegenteil von dem, wie man das eigentlich verkaufen möchte. Wie die Zeitungen das angepriesen haben und so weiter. Die Zeitungen haben das angepriesen mit, hat mehr was, ist besser. Hat weniger clear, ist besser. Hat, ja, was auch immer. Irgend so ein technischer Parameter ist besser. So, und jetzt kommt so eine England-Fraktion. Ja, und die machen das völlig anders. Das heißt, um so ein Gerät zu verkaufen, muss ich zwingend den Kunden dazu bewegen, sich da vorzusetzen. und das mit eigenen Augen oder eigenen Ohren zu hören und sich selber auch und den eigenen Ohren auch zu vertrauen. Und wir wissen, dass es bis heute ist, dass es schwierig ist. Die meisten wollen eher gesagt kriegen, was denn gut ist, und das dann einfach kaufen. Und mit selber anhören ist nicht so viel los. Ja, überlegt euch einfach in so einem Umfeld, wie wenn ihr so ein Name noch nie gehört habt. Für die Leute, die wissen, wie das klingt, ist das eh klar. Aber wenn ihr so ein Name noch nie gehört habt, ich glaube, ihr könnt da einfach nur an den Parametern des Umfeldes ablesen, wie klanglich überlegender Zeugs gewesen sein muss, damit das überhaupt einer kauft. Und das war es. Ja, ganz klar, das war es. So, und jetzt kommt so das nächste Ding. Ja, hat halt auch keine Leistung. Wie viele Leute sind damals in den Laden gegangen und haben gesagt, ja, ich brauche einen Verstärker. Ja, kein Problem, wir haben ein paar da, kann ich dir vorfüllen. Ja, aber der muss mindestens 200 oder 250 oder 400, den Spruch habe ich regelmäßig gehört. Regelmäßig. Völlig normal. Ja, du brauchst 200 Watt. Gucken wir mal, ob du die wirklich brauchst. Ja, ja, nee, nee, aber da brauche ich jetzt ganz dringend. Ich habe von HiFi null Ahnung, gar nicht. Ich habe mir auch noch nichts angehört. Ich habe auch null Ahnung, wie das funktioniert. Aber, dass ich 250 Watt brauche, das kann ich dir auf jeden Fall schon mal 100% sicher sagen. Weil ich ja keine Ahnung habe. Deswegen weiß ich das so sicher. Nee, ist klar. Setz dich mal ruhig hin. Ich spiele dir gleich mal einen 250 Watt Verstärker vor. Ja. Also, die Leute waren ja in den 80ern genauso beschränkt, wie sie es heute sind. Das muss man ja leider genauso sagen. Das war ja nicht anders. Das Spielchen war genau das Gleiche. Und in so einem Umfeld kommt dann eine Firma, die baut einen Verstärker mit, keine Ahnung, 25, 30 Watt. Und wie war das technisch so gestrickt? Weil das hatte halt nicht nur wenig Leistung, das konnte auch nichts antreiben. Ja, also ich spreche jetzt noch nicht mal von Lautsprechern mit unterirdischem Wirkungsgrad, sondern mit komplexen Lasten konnte das nichts machen. Das ist das Name-Zeug komplett gnadenlos in die Knie gegangen und da ging gar nichts mehr. Also wenn man nicht sogar Pech hatte und da kam die weiße Fahne. Ja, aber zumindest klanglich konnte das dann überhaupt nicht mehr überzeugen, je schwieriger der Lautsprecher war. Ja, aber auch da muss man sich ja überlegen, ja, ist das denn sinnvoll? Ist das denn überhaupt sinnvoll? Wenn ich jetzt rein über klangliche Aspekte nachdenke, ich denke nicht darüber nach, wie gut oder wie schlecht ich das verkaufen kann. Und dass die Leute 250 Watt Verstärker haben wollen. Das lasse ich mir alles außer Acht. Sondern ich denke nur darüber nach, wie klingt der Kram denn. Und dann ist ja klar, das hat mehr Leistung und man macht das klanglich nicht besser. Und jetzt müsste ich mich ja irgendwie mal daran orientieren, was gibt es denn an Lautsprechern auf dem Markt. So, und in den 80ern fing das ja an, dass die Leute Lautsprecher gebaut haben, die unmöglich anzutreiben waren. Na, ich erinnere an Infinity Kappa 9. Das ist ja so ein Kind der frühen 80er. Das war nicht anzutreiben. Das war unmöglich. Ging nicht. Da musste man Riesentrümmer irgendwie auffahren, damit da ein Ton rauskam. Und das haben ja, ich sage es mal, wir kommen ja aus so einer Musik-Trun-Zeit. So Breitbänder und ist irgendwie alles relativ laut und leichte Pappmembranen und na, na, na. Die schubst sich mal mit 3 Watt an und dann brüllt mich das schon an. Das war ja das eine Extrem, wo die Leute hergekommen sind. Und jetzt wollte man aber dann in den 80ern irgendwie das Rad komplett neu erfinden. Und die haben ja genau das Gegenteil. Ist dann ja gebaut worden von dem, wo man so herkam. Wie gesagt, Kappa 9, da ist es so, ja, was soll man dazu nur sagen, ohne Worte. Wie gesagt, aber Infiniti war nicht der einzige Hersteller, der das so gemacht hat. Gab schon eine ganze Reihe. So, und dann ist halt so eine Firma Name da, die sagt, ja, aber sorry, klanglich kann das nichts. Also weder die Lautsprecher können wird, die Lautsprecher sind schon eine Fehlkonstruktion. Und wer das so baut, baut eine Fehlkonstruktion. Warum sollen wir jetzt einen Verstärker bauen, um eine Fehlkonstruktion zu bedienen? Lass uns doch einen Verstärker bauen für die Lautsprecher, die vernünftig gebaut sind. Weil die sind so nicht. Ein vernünftig gebauter Lautsprecher hat irgendwie 8 Ohm und vielleicht fällt er auch mal auf 4 Ohm runter. Ja gut, 4 Ohm können wir auch noch. Und dann hat der irgendwie einen halbwegs anständigen Wirkungsgrad dazwischen, keine Ahnung, 85, 90 dB und so. Und dafür reicht unsere Leistung und dafür sind wir stromstabil genug und so weiter und so fort. Aber wenn einer aus dem Parameter rausfällt, dann hat er das schon am Start verloren. Warum müssen wir das denn adressieren? Tun wir nicht. Ja, so, und da ist ja ein starkes Statement. Ja, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, das ist Ignoranz. Oder feige oder nicht in der Lage, das irgendwie umzusetzen. Das kann man sagen. Aber man kann auch sagen, ja, aber am Ende des Tages haben sie doch nicht ganz Unrecht. Ja, ich meine, ich finde Kappa 9 tatsächlich einen coolen Lautsprecher. Aber das Ding war ja trotzdem konstruktionsmäßig ein totaler Witz. Also das kann ja nicht sein, dass man einen Lautsprecher baut, wo es zwei Endstufen auf der Welt gibt, die das Ding angetrieben kriegen. Also da ist doch irgendwas, ist da da bei den Infinity-Leuten definitiv schiefgelaufen. Auch wenn die am Ende des Tages so gut gespielt hat, hat sie. Aber da ist doch designmäßig irgendwas, ist da da Banane. Und zu sagen, nö, das machen wir nicht. Machen wir einfach nicht. Du brauchst nicht mehr als 25 Watt, um vernünftig Musik zu hören. Das ist, wir bauen keine Verstärker für den Partykeller. Das ist nicht unser Ansatz. Wenn einer was für den Partykeller braucht, dann okay. Dann soll er halt irgendwie so eine, wann auch immer kaufen, und keinen nehmen. Aber um im Wohnzimmer Musik vernünftig zu hören, ist aber ein Name, klasse. Das macht der genau richtig. Und ich sage mal, auch das Thema mit den Lautsprechern, das ist eine englische Firma. Natürlich sieht man auch als erstes mal den heimischen Markt. Auch wenn das damals schon irgendwie, wie dann Anfang der 80er, wurde das eine internationale Company. Die sind halt überall verkauft worden. Aber trotzdem hat man natürlich den eigenen Markt so vor Augen. Und der englische Markt ist keine Tannoy Westminster. Also ich meine, das kann ein Name irgendwie betreiben, das ist nicht das Problem. Aber das ist nicht, das ist auch in England ein totaler Ausrutscher. Das ist irgendwie extrem High-Five für die Gaga-Fraktion. In einem englischen Markt ist ein kleiner, zwei Wege-Regallautsprecher. So was, Abteilung Proag, Abteilung Monitor Audio, die haben ja damals auch so schöne, kleine Regaldinger gebaut oder Roger, Spendor, Harbes, Warftail, so ein Zeugs. Er hat relativ kompakte, kompakte Dinger, die in erster Linie aus dem Mitteltonbereich rausspielen, wo keiner den Ansatz hat. Wir bauen jetzt hier einen Lautsprecher, der muss bis 20 Hertz runterspielen. Das geht in den englischen Häusern und in den englischen Wohnzimmern sowieso nicht. Ja, schon eine schmale Säule kann da gar keiner aufstellen, weil das alles so klein und knöserillig ist. Guck doch diese Miss-Mapel-Häuser an, da brauchen wir ja nichts mehr zu sagen. Und die haben das genau dafür gebaut, um ernsthaft Musik damit zu hören. Ich finde den Ansatz total gut und total konsequent und ich finde, genau so hat es gespielt. So und ich sage es mal, als dann die Digitalwelle startete, das ist ja auch so Anfang der 80er, ging es ja los mit Digital. Und ich würde mal sagen, so Anfang der 90er war dann aber auch klar, dass es Digital weitergeht. Und ich meine, da hat ja keiner mehr so richtig ernsthaft auf analog hat da ja keiner mehr so ernsthaft gesetzt. Da war ja auch irgendwie klar, ja, das gibt noch ein paar Plattenspieler und die Platte ist ja auch irgendwie gut und das ist auch alles irgendwie schön, aber irgendwie ist das, die Nummer ist jetzt vorbei. Und ich sage mal, wenn ich mich da mit irgendwelchen Leuten unterhalten habe, da waren schon relativ viele, die gesagt haben, ja, ich finde eine Platte klanglich ist eine Platte schon gut, ja, die ist auch besser als digital, ja, ja, ist es. Aber, aber digital ist so gut. Da fehlt mir nicht ernsthaft. Ich kann mit digital total gut Musik hören, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasse, aber dafür habe ich den ganzen Hassel nicht. Ich habe keine Kratzer auf der Schallplatte, ich habe keine krummen und schiefen Schallplatten, ich habe keinen Verschleiß vom Tonabnehmer, einstellen, zickzack, pipapo, beim Abstauben vom Plattenspieler nicht aufgepasst, zack, Nadel abgerissen und so einen Scheiß, habe ich alles bei CD-Playern nicht. Und das spielt auch alles richtig gut. Das hat man ja nicht selten gehört. Klar, so ein paar Analogfans gab es immer, die sich nie mit dem Digitalen angefreundet haben und die immer gesagt haben, Analog, alles andere kann nicht mal. Die hat es immer gegeben. Aber ich sage es mal, in den 90ern war doch irgendwie klar, die Gruppe wird immer, immer kleiner und dass wir dann heute so einen riesen Vinyl-Hype erleben, also da hätte in den 90ern keiner mit gerechnet, absolut niemand. Da war einfach klar, die Zukunft ist digital und fertig werden. Und Name hat auch digitale Geräte gebaut und die haben auch CD-Player gebaut. Und die haben CD-Player auch mit einer ähnlichen Philosophie gebaut, wie die Verstärker. Nämlich auch da, ja, mach mal ordentlich Netzteil davor und so weiter und so fort. Auch bei einem CD-Player, auch in der Digitaltechnik, steht und fällt das alles mit der Stromversorgung und so weiter und so fort. Und das Zeugs war gut. Wirklich ernsthaft, das war gut. Wenn man so einen alten CD, ob es die ganz alten oder dann die Nachfolge-Generationen hier, da gab es ja dieses legendäre Laufwerk mit dem, mit dieser Bananenschublade. Ich weiß leider die Modellbezeichnung nicht. Ich kenne die ganzen Modellbezeichnungen nicht. Das war ein seriöser CD-Player. Wirklich, wirklich, wirklich ganz ernst. Und das war ein CD-Player, der auch, genau wie die Verstärker, das war zum Musikhören gemacht. Der Name Gründer ist halt ein Bastelbruder. So, der ist kein Elektro-Ingenieur oder oder, sondern ein Bastelbruder. Also im Marketingsprech heißt es dann, wie nennt sich das, Autodidakt. Autodidakt für die Marketingleute unter uns und Bastelbruder halt so unter uns. Und ich sage jetzt mal so, klar, so Elektro-Ingies haben natürlich das eine oder andere fundierte Wissen, was so ein Bastelbruder dann halt nicht mitbringt. Das ist alles gut und schön, aber der Vorteil von den ganzen Bastelbrüdern, und ich sage jetzt mal den ganzen, weil da meine ich tatsächlich auch fast alle mit, der Vorteil ist, dass die halt einen Trick drauf haben, den die meisten Elektro-Ingies nicht drauf haben, nämlich, die machen was ganz Verrücktes. Die setzen sich hin und hören sich das an. Wo so ein Elektro-Ingie halt sagt, ja gut, komm mal, ich habe das jetzt irgendwie simuliert. Ich habe das jetzt nach dem Simulieren, habe ich das aufgebaut und gemessen. Und Messgerät sagt, ist gut. Ja, fertig, jetzt Karton drum, raus mit dem Scheiß. Ja, das ist sozusagen Ingi. Und Bastelbruder sagt, ja, das weiß ich auch nicht, ob das mehr technisch alles so sein muss, aber komm, ich höre mir das mal an. Gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht? Und das ist ja ein doller Trick, wenn man Geräte bauen will, die gut klingen sollen. Weil die Messgeräte kaufen ja in der Regel gar kein Hi-Fi. Das sind ja dann Leute, die das auch gut finden müssen. So, und das ist eine Geschichte, die man einfach diesen Name-Geräten anhört. Und das, finde ich, ist auch bis heute der Fall. Ja, ich finde halt, dass die aktuellen Geräte von Name, die sind ja gar nicht mehr so eigenwillig. Also so ein aktuelles Name-Gerät sieht halt mehr oder weniger aus wie jeder andere Verstärker halt auch. Aber ich habe immer noch das Gefühl, auch heute noch, dass bei Name tatsächlich, bevor die für irgendwas einen Karton bestellen, dass mal jemand in der Firma sich den Kram angehört hat und gesagt hat, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, noch bestellen wir keinen Karton, weil so richtig gut klingt, tut das nicht. Lass uns nochmal irgendwie eine Iteration weiter. Lass uns mal gucken, dass wir das auch ans Spielen kriegen. Das ist genau das Ding, was bei Name meines Erachtens echt bringt. Das Zeugs macht Musik. Das ist nicht für Messgeräte gebaut, das ist für Ohren gebaut. Und dieses Ding, wie wendet sich guten Mist, das ist Quatsch. Das ist einfach totaler Quatsch. Man kann Sachen bauen, die sind messtechnisch gruselig. Und wie gesagt, Unname ist oder war, das alte Name-Zeugs ist messtechnisch tatsächlich auch gruselig. Ja, also warum kann das keine komplexen Lasten treiben? Ja, weil das technisch kann das halt nicht. Da hängen Tester dran, da siehst du, dass das nicht kann. Dafür ist das nicht gebaut. Das ist halt von vornherein so gebaut, da muss auch ordentliches Zeugs dran und dann geht das auch. So, und ich finde diesen Ansatz total großartig. Ich finde auch, dass die klanglichen Ergebnisse denen recht geben. Sie sind entsprechend, die Philosophie von denen ist auch entsprechend oft kopiert worden. Die sind einer der Pioniere gewesen. Ich finde, Name ist für England, ich sage es mal, einfach vom Stellenwert, um sozusagen englisches Hi-Fi dem eine Reputation zu verleihen. Ist das wie bei uns Burmeister? Oder Transrotor? Oder Torens? Das sind die Marken, wenn man in der Welt irgendwelche Leute auf deutsches Hi-Fi anspricht, dann werden die mindestens einen, aber wahrscheinlich alle drei dieser Marken nennen und sagen, ja, Deutschland, Burmeister, Torens, Transrotor, alles klar. So, und ich finde, in genau so einer Liga spielt Name in England. Was ist typisch englisches Hi-Fi? Und dann, ja, das ist irgendwie Name, das ist, weiß nicht, Tanois, Benor, Lin. So, das sind so die, das sind so die Pioniere, die einfach diesen, diesen extrem guten Ruf weltweit geprägt haben. So, und das ist halt das Ding. Ich finde, genau das ist das Ding. Wenn, wenn ich halt, wenn ich ein Gerät baue, was halt messtechnisch eine mittlere Katastrophe ist und dann sagt dann einer, das ist toll. Ja, den einen finde ich immer. Da kann ich jetzt so ätzend bauen, wie ich will. Einen finde ich immer, der sagt, das ist aber auf den Punkt und genau so muss ich das haben. Aber das war ja bei Name nicht der Fall, sondern, wie gesagt, mit dem Name Nate. Da hat ja die gesamte Welt genickt und hat gesagt, äh, super. 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 Ob in Asien, ob in Amerika, ob in Europa, egal wo. Egal wo. Wer so ein Ding auf den Tisch gekriegt hat, um sich das anzuhören, hat gesagt, boah, das spielt aber gut. so und ich finde, genau das muss es machen. Genau das muss so ein Gerät tun. So. Bis hierhin, würde ich mal sagen, bin ich in so einem totalen Jubelfahrwasser. Und jetzt kommt das Aber, wo ich halt mit Name so meine Probleme habe. Und auch von Anfang an hatte, muss ich auch dazu sagen. von, wirklich von Tag 1 an. Das Zeugs ist klanglich klasse, aber da steht und da stand auch immer ein Preis dran, wo ich gedacht habe, äh, da ist aber schwierig. Das kann aber nicht sein. Wenn ich ein Name-Gerät gegen ein mittelmäßiges Gerät in gleicher Preisklasse teste, wird das Name-Ding ziemlich sicher als Sieger da hervorgehen. Weil das mittelmäßige Zeugs einfach schon generell komplett wegbügelt. Das hat keine Chance. Aber Name ist natürlich nicht der einzige Hersteller, der irgendwie vernünftiges Hi-Fi bauen kann. So, und wenn ich jetzt die Geräte zum Vergleich ranziehe, die eine Zierde ihrer Art sind, wo ich sage, ja, das sind, das sind ja nicht allzu viele. Da muss man natürlich auch fairerweise zugeben. Aber wenn ich jetzt die Geräte ranziehe, wo ich sage, ja, das ist aber auch der Hammer. Und dann ist der Hammer und dann ist der Hammer und dann ist der Hammer und die Dinger lasse ich mal im Vergleich laufen. Ja, und ich sage mal bei Name, ich nehme als direkten Konkurrenten nämlich Exposure. Weil die eine ähnliche Klangphilosophie verfolgen. Oder verfolgt haben. Ein neues Name ist ein bisschen anders, aber so. Ja, ich will damit nicht sagen, verinterpretiert das nicht da rein. Ein Exposure klingt nicht wie ein Name und ein Name klingt nicht wie ein Exposure. Ja, tun die nicht. Die sind schon unterschiedlich. Aber der Fokus ist ein ähnlicher. Ja, dass die sagen, Musik findet im Mitteltombereich statt. Da ist irgendwie eine Stimme und da ist ein Klavier und da ist eine Gitarre und da ist eine Trompete und in dem Bereich muss das Ding erstmal anständig spielen. Da muss das eine gewisse Kraft haben, da muss das einen gewissen Druck haben und eine Schnelligkeit und vernünftige Klangfarben und so weiter und so fort. Da muss erstmal das richtig abgehen. und wenn das tut, dann gucken wir mal, was an den Rändern passiert und wie weit wir noch in die Ränder reinkommen und so weiter. Und das ist eine Philosophie, die Name so auch hatte. Erstmal muss Musik da spielen, wo sie stattfindet. Verrückte Idee. So und und ja, aus der Perspektive finde ich, haben die relativ viel gemein. Exposure und Name. so und und dann guckt mal auf die Preise. Ja, der Exposure kostet die Hälfte oder weniger. Wenn ich mir die neuen Name-Sachen angucke, dann wird das Verhältnis noch krasser. Also ich, ich habe gerade ein paar Preise von Name noch nachgeguckt, weil ich es, weil ich es auch gar nicht glauben konnte. die aktuelle kleine Endstufe von denen. Die kostet über 12 Mille. Also wenn ich mich da jetzt nicht komplett verguckt habe und der Preis irgendwie falsch war, den ich dann gezeigt habe. Aber über 12 Watt. Watt. Ja, also wenn ich das mit Exposure, dann bezahle ich bei Exposure ein Drittel. Ja, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Vom Preis her. Aber das spielt in der gleichen Liga. Wenn man mich persönlich fragt, was findest du besser, würde ich sogar, selbst mit dem Preisunterschied, sagen, ich finde sogar das Exposure-Zeug noch einen Hauch besser als das Name. Obwohl ich den eben gut finde. Ich finde den echt gut, aber ich finde Exposure tatsächlich noch besser, aber dann kostet das auch nur ein Drittel. Und ich finde, das ist genau der Todesstoß bei Name. Das ist nicht, dass ich das Zeug nicht gut finde. Ich finde einfach nur, die Preise, die die da dran schreiben, ich habe bei Name bei keinem einzigen Gerät das Gefühl, dass der Preis kalkuliert ist. Sondern ich habe das Gefühl, der Preis ist gemacht. Die bepreisen das halt irgendwie. Aber die kalkulieren den Preis nicht. Das ist ein ähnliches Ding wie mit dem Linn. Ich meine, Linn-Elektronik brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber LP12. Ich finde, Linn-LP12, das ist ein guter Plattenspieler, ist der bis heute. Wenn ich in Linn-LP12 höre, bin ich nicht enttäuscht. Da war ich auch nie enttäuscht. Aber ich finde heute einfach die, ich finde die Preise, die da dran stehen, die sind einfach, das passt halt einfach überhaupt nicht mehr in die Welt. Also wo ich so denke, was? Hä? Das neue Ding, 30? So, was? Tickt ihr noch ganz sauber? Habt ihr mal irgendwie wie euch im Markt umgeguckt, was man für 30 kaufen kann? Dagegen spielt das wie eine Töpferscheibe. Das kann auch nicht euer Herz sein. Ja, auch wenn das an sich ist, das ist ein guter Plattenspieler, der hat mich noch nie enttäuscht. Aber die Preise gehen nicht. Die Preise sind verrückt. Und das sehe ich bei Name halt auch. Die schreiben da einfach irgendwas dran. Und ich sage mal, auch mit den CD-Playern, die habe ich ja gerade noch irgendwie gelobt, wie schön die spielen. Und ich finde die spielen schön, wirklich ernsthaft. Da kommt echt Musik raus. Die versuchen nicht nur irgendwie Frequenzen in den Raum zu schmeißen, da kommt Musik raus. Ast rein. Total gut. Ja, aber auch da, guckt euch an, was das Ding, der mit der Bananenschublade, das war irgendwie relativ legendär. Der ist auch echt gut verkauft worden und so. Guckt euch den Preis an, der da drin steht. In der Preistasse kriege ich einen Akkufase. So teuer ist das. Aber von einem Akkufase kriegt das Ding einen Lauf bis hin da in die. Das ist das Problem. Nein. Ja, also jetzt nicht nur, da muss ich jetzt gar nicht über die Verarbeitung und so weiter. Ich meine, da ist sowieso irgendwie klar, dass das Welten trennt. Ja, aber jetzt mal rein klanglich. Ich finde, ein Akkufase ist auch extrem gut. Ich rede ja bei Akkufase immer über die Verstärker, aber ich finde, die CD-Player klingen uncheckbar gut. Wenn ich so einen Akkufase daneben stelle, da denke ich, ja, das Name brauche ich nicht. Auch wenn der gut spielt, aber brauche ich nicht. Der Akkufase ist aber, der kann aber alles besser. So, und das ist das Ding, ich weiß nicht genau, was das Bananending damals gekostet hat, aber ich meine auch, in so einer kleinen Ausführung, jetzt ohne irgendwie riesen Netzteil und lalala, hat der irgendwie so 6.000, 1.000 D-Mark oder so gekostet. Wie gesagt, hat man auch ein Akkufase für gekriegt. Natürlich gab es in der Preistasse auch jede Menge CD-Player, die schlecht waren. Und die haben vom Name dann auch einen Einlauf gekriegt. Klar. Ganz klar. Oder da gab es auch ein paar High-End-Geräte, die auch überteuert waren. Da hat der Name sich dann auch sehr, sehr gut geschlagen. Aber gegen die Kracher, die es halt so gibt, das was sozusagen in der Liga gerade so richtig gut ist, da hat es keine Chance. Einfach, weil die Preise überzogen sind. Und mittlerweile gehört Name ja zur Fokal-Gruppe. Und damit haben sich sozusagen auch zu deren technischen Ansätze ein Stück weit verschoben. Weil natürlich, ich meine, Fokal hat natürlich auch den Ansatz, wenn er sozusagen schon unter einem Dach verkauft wird, dann sollte das natürlich auch miteinander spielen können. So, und die Fokal-Lautsprecher sind nicht so ganz einfach anzutreiben. Also speziell jetzt die größeren. Also wenn ich jetzt so an die Utopia-Reihe da so, das ist schon, das ist alles andere als einfach anzutreiben. Die haben zwar einen guten Wirkungsgrad dran stehen, deswegen wirkt das im ersten Moment so als, oh ja, kannst du ja irgendwie einen kleinen Röhrenverstärker dran machen und dann geht es los. Aber nee, das kann man eher vergessen. Das geht eher überhaupt nicht. Sondern die brauchen schon Kontrolle und so weiter und so fort. So, und ich finde, die Name-Geräte sind jetzt halt wirklich sehr auf die Fokalsachen hinausgerichtet. Und das hat Name meines Erachtens nicht besser gemacht. So, wie gesagt, auch heute noch, ich habe es gerade gesagt, ich habe bei Name bis heute das Gefühl, bevor das in den Karton kommt, hört sich das nochmal jemand an. und das finde ich echt gut und deswegen finde ich auch heutiges aktuelles Name-Zeug spielt immer noch schön. Aber wie gesagt, mit der, die Preisgestaltung, so, ich, 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 ich finde, die Preisgestaltung war in den 80ern schon Banane und die ist heute nur, ich hätte jetzt das Gefühl aus dem, aus dem Bauch aus, das ist noch verrückter geworden. Ja, weil, was ich gerade gesagt habe, die 12-Mille-Endstufe, da, wo ich einen Lachkrampf kriege, das ist ja noch die billige, das ist ja noch das Einsteigerprodukt. Was die große kostet, da habe ich vorsichtshalber erst irgendwie gar nicht nachgeguckt. Weil ich glaube, da schlägt man dann komplett nieder. Eigentlich schade, finde ich. Eigentlich ist das schade, eigentlich hätte Name ein richtig großes Potenzial. Was man bei Name halt einfach auch sehen muss, da spreche ich allerdings über Deutschland. Ich kann nicht sagen, wie das in anderen Ländern irgendwie gelaufen ist. So, angeblich, das war vor meiner Zeit, hat Lin und Name, die haben in der Anfangszeit, weil Lin keine Verstärker hatte und Name halt keine Quellen, haben die halt so zusammen irgendwie vorgeführt und so weiter und so fort und hatten da irgendwie so eine Partnerschaft, Agreement, wie auch immer. So, und in Deutschland haben halt relativ viele Lin-Händler halt auch Name verkauft. Oder, ja, eben, verkauft ist halt die Frage, die hatten das im Laden. So, und das ist keine glückliche, das ist keine glückliche Fügung, weil die Lin-Händler sind schon ganz gute Händler, aber wie mir das einige Lin-Händler früher erzählt haben, ist, dass Lin da schon auch extrem viel Druck gemacht hat, wie viel Umsatz die mit denen machen und so weiter und so fort. Und dann diverse Händler haben mir gesagt, naja, ich würde deinen Trödel hier irgendwie ganz gerne in den Laden stellen und auch verkaufen, aber ich habe eigentlich keine Chance, weil ich kriege von Lin so Umsatzvorgaben, dass ich eigentlich ja keine Chance habe, irgendwas anderes zu verkaufen als Lin. Und das ist aber auch gleichzeitig mein Haupt- und stärkstes Produkt, also ich kann jetzt nicht riskieren, dass die mich als Händler irgendwie rauskicken. Das geht nicht. Lin ist mein Hauptprodukt, aber ich muss auch sozusagen meinen Hauptumsatz mit denen machen. So, und wenn man, wenn das jetzt aber die Händler sind, die man in erster Linie hat, und wie gesagt, bei Name war es so, die waren in erster Linie bei Lin-Händlern vertreten, und die dürfen aber den Kram nicht verkaufen, oder können den Kram nicht verkaufen, dann habe ich als Hersteller erstmal nichts falsch gemacht, aber ich habe trotzdem die Arschkarte. Und wie gesagt, hier in Deutschland war es halt so, also es hatten nicht nur Lin-Händler, Name, es gab schon auch ein paar andere, aber hauptsächlich die meisten Händler, die Name verkauft haben, waren halt auch Lin-Händler. Und das hat nicht geholfen. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern war und so weiter und so fort, kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, in Kombination mit den hohen Preisen und so weiter, ja, also irgendwann war Name dann halt auch fertig und wie gesagt, und Fokal hatte halt eh Elektronik gesucht und dass die dann irgendwie die Bude gekauft haben, das macht für mich ein Stück weit Sinn. So, ich fand, es gibt auch Konstellationen von Name und Fokal, also alte Konstellationen, von den klassischen Name-Geräten und von den klassischen Fokal, wo ich sagen würde, ja, das spielt auch zusammen schön. Also das macht durchaus Sinn. Ich finde ja, schlanke Säulen braucht man nicht, aber wenn es denn eine schlanke Säule sein muss mit Gewalt, dann finde ich, kann man sich Fokal schon mal irgendwie anhören und angucken, weil ich finde, das ist dann schon eher gut, was die so bauen. Das sage ich ja nicht über viele schlanke Säulen, aber ich finde Fokal schon eher irgendwie, ja, nicht schlecht. und, und, wie gesagt, es hat einige Fokal-Lautsprecher gegeben, die mit Name-Sachen hervorragend funktioniert haben. so, aber wie gesagt, speziell so die, die große Serie, speziell so die Utopia-Serie und so weiter und so fort, äh, da wäre jetzt Name nie und zu keinem Zeitpunkt die erste Wahl gewesen und, äh, und sie haben halt das Produktportfolio umgestrickt und, ähm, ich würde nicht sagen, dass das Name zu irgendeinem Zeitpunkt, äh, Hi-Fi gewesen ist für, ich sag's mal, den klassischen englischen Arbeiter oder so, ne, da würde ich sagen, waren die nie, aber, ähm, die waren auch nicht so, die waren auch nicht Hi-Fi für Superreiche, das war schon, das war gehobenes Hi-Fi, das schon, aber nicht, äh, spleenig und durchgedreht und so weiter, so, und wenn ich heute auf die Name-Seite gehe, dann ist irgendwie, äh, so Name in Kooperation mit Bentley, ne, so, Name auf Superyachten und, ja, also da sieht man einfach, die, die positionieren sich ganz anders, ne, und, guckt euch so, die, die, die Focal-Utopia-Zeugs da an, das sind ja auch Lautsprecher im sechsstelligen Bereich und so weiter und so fort, das ist ja alles nur noch irgendwie ewig teuer, also, so, mittlerweile ist das halt offensichtlich ein Fokus, den sie haben, ähm, da so eine extrem wohlhabende Schicht anzusprechen und das Design, die Design-Sprache von denen ist mittlerweile auch in die Richtung gehend, ähm, so, ich finde, designtechnisch haben sie sich auch verbessert, da muss ich sagen, dieses ultra-eigenwillige Design von früher, äh, ja, ja, ich finde das schon amüsant, ich würde mir das auch jederzeit irgendwie hinstellen, aber ich finde die neuen Name-Sachen, ähm, das ist schon auch schön designte Zeugs und so weiter, also, wenn, wenn Geld egal ist, finde ich, kann man das kaufen, aber wenn man auf der Suche ist nach, äh, bestes Preis-Leistungs- Verhältnis, da schneiden die meines Erachtens eher auf einem der hinteren Plätze ab. Ja, das ist, das ist, wie ich Name empfinde, ähm, so, ich denke irgendwie einige Name-Leute werde ich jetzt irgendwie schwer getriggert haben, aber ich glaube, ich werde jetzt genauso die ganzen Fans der Japan-Kübel irgendwie getriggert haben, ich sage ja, darüber sollte man kein Video machen, da kriegt man es hinterher von allen Seiten, das würde mich interessieren, da kann ja mal einer der Name-Jünger irgendwie uns erklären, äh, warum DIN, weil die bauen ja bis heute dran, und ich finde, das ist einfach, das ist einfach so Banane, ne, in 2024 noch DIN-Anschlösser an Gerät dran zu bauen, das ist wirklich so, das ist auch ohne Worte. kann ja mal einer erklären, wie da irgendwie musikalisch die Sonne aufgeht und wie da erst mal, wie nur mit dem DIN-Stecker das richtige Rhythmus-Gefühl entsteht oder so. Naja, wie gesagt, ich habe versucht, das irgendwie so ausgewogen zu machen, wie ich es konnte, aber es sind natürlich auch alles so subjektive Eindrücke und der nächste Market vollkommen anders empfinden. Ähm, ja, ne, so ist es halt. Dafür ist die Kommentarspalte da. In dem Sinne, ne, gehabt euch wohl und natürlich Glück auf! DIN-Stecker DIN-Stecker